Wie viel haben wir denn jetzt hier? Nein, nicht! Ja, ich gucke nur von hier. Okay, das ist das letzte jetzt. Yeah, dann haben wir den Level 1 bis 3 durch! Yeah! Let's go! Aber dann brauchen wir noch das vierte Jahr. Ja, und? Danach haben wir das erste. Da, da, da! Zeitumkehrer? Ah! Ist der Zeitumkehrer? Hab keinen Zeitumkehrer. Los! Steig auf! Let's go! Können wir jetzt fliechen? Er bekämpft sie! Harry! Harry! Der dunkle Turm! Au! Hallo! Ein Zauberspruch! Warte! Lass einfach diesen Zauber, ja? Da ist ne... Das ist einfach ganze Zeit diesen Zauber! Ja? Wie schaub ich ihn jetzt? Ja, warum komm ich da nicht gegen? Wie geht denn das? So! Los, hau ihn dagegen! Ah! Okay, los! Kevin! Hallo! Saub dir die Seele aus! Wenn du mir im Weg stehst, kann ich da nix machen! Nix! Um mir! Oder nicht wirklich? Hä? Wihiii Oh my god Die botten hier Das Ding Es werde nicht Oh, was denn hier Äh, ja Oh, ah Öffnet die Türe Wir müssen hier rein Äh Du bist irgendwo rein Ah, los, geh auf die andere Seite Wuhu Und drauf Upsi Alter, was ist das? Lass uns das anders herum machen Du gehst auf diese Ich werde doch schon hier Ich werde doch schon hier Geh auf die andere Seite Ey, mir schnärft da so ein Tier Wo ist das Blöde? Weck mal hier! Nimm fort! Ja, wenn du das wegdrückst Mann! Das ist aber schuld, wenn du mir im Weg stehst Mann! Du machst das so hart Alter, was ist denn das? Alter, was ist denn das? Alter, was ist denn das? Du weißt doch gar nicht, wie das klappt So, jetzt geh auf die andere Seite Geh doch mal da weg! So Ich will doch nur diesen blöden Kerl aus dem Weg schaffen Geh doch mal da weg! So Schlimm Weg! So Jetzt geh auf die andere Seite Kann ich nicht, geh du Wieso lebt das Viech? Hä, die kommen immer wieder? Ja Was sind das denn für blöde Viecher? Jetzt los auf die andere Seite Ja, warum bin ich schon auf die andere Seite? Muss ich wieder hüpfen? Wuhu 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 Was ist das? Legari Minerviosa Ups Frackelfall Ups Ups Oh, nochmal Ups Ich hab jetzt verloren Glück gehabt Abarakadabra Ein Debbie Dings Bums Äh Und ich? Nö Wollen wir das wieder zurücknehmen? Achso Das muss jetzt Außenrum rennen Was ist los? Los, wir kämpfen Hilfe, Hilfe, Hilfe Ich hab kein Zauber gemacht Wuhu Komm her Oh 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 Hm Pack mal das Schloss Ist da überhaupt ein Schloss? Nö Musst du den Baum hacken? Ja Oh, aua, aua Aua Hab das Ja Muss ich nur noch den Kessel finden Oh, da oben ist der Kessel Los, wir gehen runter Bumm Bitteschön So, wo könnten wir denn jetzt hier Bimmchen Da oben ist was Ach, treff ich nicht Was hieß? Was hieß? Gehen fort Guck mal, das ist krank Das werde nicht oder was? Nein Piu Aua Aua Nicht mal ein Popo Was ist denn mit dem Aua Da ist das andere Teil Ach, das ist ein Schlangenzahn Floppi Äh, du sollst das eigentlich Vereinwerfen Wo bist du denn schon wieder hingerannt? Hallo? Oha Haldemite ist in Gefahr Rette sie Und ich will doch nur diesen blöden Dinge hier ablegen, Mann So Kann ich jetzt mal hier Und der mit seinem blöden Stab Leg den doch mal weg Ich will doch nur Hälter Du sollst das da reinwerfen Einwerfen Ah, ja Ach übrigens, ich hab das letzte Teil Uua Ich weiß auch mal was erwarten Hier geht man den dritten runter, ich kann nur runterfallen Hier Warum klitzeln die überhaupt da so schön? Doch, man muss da warten Versuch du mal Los Ja Hier kann ich nicht zaubern Gib mir den Magic Drunk Weißt du, wo man ihn einsetzt? Ja klar, da hinten Oh mein Gott Ich muss erstmal meinen Zauberspruch wählen Slip Ah, uuuh Er hat mir schon was geraubt Ja, deine Seele rauben die Zack Wo ist der? Huh, da hinter mir Zack Weg mit dir Komme Ah Ich komme Juhu Okay, bekämpf sie mal Zack Ey, der ist ausgewischen Bekämpf sie lieber Oh Oh Er hat mich erwischt Kiesling Zack 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 Oh mein Gott Was ist hier los? Alter What the hell Oh 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 Er hat mich Alter Irgendwas zieht mich hier magisch an Ey Alter Ich bin Eisblock 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 Oh Ähm Ja Noch einmal Los, das hast du, oder? Oh 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 Ah Oh Oh Oh! Kapitel kommt hier? Hahaha Wir überspringen, bitte. Really? Kannst du nicht überspringen? Nein. So, und bald kommen wir dann ins vierte Jahr. So, und bald kommen wir dann.